Ja, ich hab's ja schön spannend gemacht. Hier liegt Lord Caratheon, den ich ja extra lange gesucht habe. Was geschah? Wie könnt ihr im Sterben liegen? Die Naturmagen, die können euch bestimmt helfen. Die Agalana, den Namen kenne ich, aber wer sind sie nochmal? Die Agalana, die haben hier seit der Grundlage der Welt gesucht. Und wir hören, wenn Zaramoth und Azanae zusammengeflogen haben. Sie wissen die schade Geschichte dieses Weltes. Und nur sie, diejenigen, die die Schilder gegründet haben, können sie hoch in ihren Mautenpielen gegründet werden. Aber erstens, du musst deinen Weg zu ihnen machen. Es ist möglich, dass du nur die Gefühle bekommst, dass ihr ihre Tiefen konzentriert. Geh zu Kynos. Ja, wusste ich doch. Der Brunnen hat was zu bedeuten. Geh zu dem Fountain in dem Zentrum der Stadt. Ihr habt Azunai stolz, mein Freund. Von all seinen Bezahnden, es ist ihr, in denen wir unsere Hoffnung stellen. Weil das Blut der Azunai auch durch meine Beine fliegt. Ich sah es, als ich dir Augen auf dich lege. Die Prüfung der Agalana. Eure Trauer scheint mir nicht ganz echt, Kynos. Gebt mir den Schlüssel. Warum? So dass ihr euch auf den Agalana-Gianten schreitst und ihr euch noch schlimmer Schmerz auf dieser haupten Welt schreitst? Ich rette diese Welt Hasenfuß. Das werde ich nicht, Mörder. Ja, glaubt ihr wirklich, ich hätte euren Beitrag zum Tod Lord Karethians nicht erkannt? Und jetzt zu euch. Laut Karethians totte Ruth. Und dieser Agal glaubte, er könne mich überlisten. Als ich zurückkehrte, war er kaum noch mein Bewusstsein und Kynos rieb sich schon fast die Hände. Nein, das gefällt mir nicht. Vor seinem Dahinscheiden sprach der doch von diesem Kristall und von der Quelle in der Mitte der Stadt. Das scheint mir ungewöhnlich. Wisst ihr, was er gemeint haben könnte? Er hat euch über die Tatsache erzählt. Wenn Ruhig sind, ist es ein großes Netzwerk von Tunneln und strahlende Beispiele beneath den Städten Kalapia. Wenn man das Tatsache verabschiedet, hat man den Tatsache zu dem Refuge der Agalana-Peakern, wo die Agalana-Gianten selbst leben, in diesem ganzen Tag. Ich danke euch, Herr Ruth. Ich werde sehen, wohin mich diese Prüfung führt. Wo ist denn der Typ? Ach, da ist er. Ja, so lange ist er. Irgendwann hier reingekommen. Tadaa, Statue. Vier Schaltknöpfe. Das ist ja unfassbar hier. Die Prüfung der Agalana. Eine alte Treppe unterhalb Caratheons. Schöne Stadtmusik ist weg und jetzt kommt die Dungeon-Musik wieder. Das ist ein Geist. Nein, doch nicht. Eigentlich etwas Grünes. Wahrscheinlich die erste Prüfung. Eine uralte Kammer unterhalb Caratheons. Arne der Asuniten wieder einmal. Hallöchen, du Arne. Das ist ein Test, created by die Agalana-Gianten, um zu erinnern, dass nur die mit den strongesten Willen und der größten Intellekt sie erreichen können. Naja, das ist eine relativ einfache Aufgabe. Wir sollen das Wasser wieder zum Laufen bringen. Habt ihr meine Fortschritte beobachtet? Mit Interesse. Ich bin auch nicht fertig. Ich muss die Agalana finden und sie dazu bringen, den Schild neu zu schmieden. Das ist keine kleine Aufgabe, die du versuchst. Sie erinnern, was vorhin passiert ist. Aber sie sind kraftvolle Kreaturen. Und sie haben diese Schild mit allem, was sie waren. Und vielleicht diese Zeit wird es noch stärker sein. Warum? Ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, dass du die Rätseln herausfinden kannst. Warum redet ihr in Rätseln? Selbst zu solch einer Zeit. Es gibt Regeln, die ich über viele Gründe beobachten muss. Ich kann nicht mehr sagen. Du musst folgen, was von deinem Weg bleibt, auf deinem eigenen Weg. Nun gut, ich werde mein Bestes geben. So, in die komme ich hier wahrscheinlich noch nicht rein, oder? Oder muss ich genau da rein? Ah ja, ich glaube, hier ist das Ende. Hier ist die Schlucht, wo wir noch nicht rüberkommen. Sieht ziemlich gefährlich aus. Oh, das sind vier Pfeile. Vier dieser Statuen, die wir mit Wasser befließen müssen, wie auch immer. Es gab zwar keine Untertitel in der Story, aber Englisch verstehe ich auch. Schauen wir mal, ob das ein extrem zäher Quest wird oder ob es hier keine Monster gibt und was weiß ich noch alles. Wahrscheinlich zieht sich das wieder Ewigkeiten hin. Das ist ja immer so. Die Spiele fällt meistens nichts Besseres ein, sondern müssen die Quest extrem lang machen. Damit der Spieler ja nicht zu schnell das Game durch hat. Das ist nun mal eine super tolle Variante. Das Spiel zu verlängern. Sieht mir raus wie ein riesiger Raum. Wie eine riesige Halle. Hallöchen, ein Hebel. Geh, machen wir hier lang. Da sind schon die Monster, ich sehe sie schon. Gut. Boah, ist das laut. War das laut, Alter? What the fuck? Ja, dann gehen wir mal. Oh, Rostgardist. Alter, die Biester, die mir unglaublich viel Schaden machen. What the fuck? Ich weiß zwar nicht, was ich hier hinten soll, aber ich gehe einfach mal lang. Kann da nicht schaden, denke ich mal. Ei, machen so kranken Schaden. Das ist unfassbar. Geh, mach mal links lang. Ich glaube, die haben mich eh schon gesehen. Und trotzdem gehen wir links lang. Ach, ich glaube, das ist alles miteinander verbunden. Dann können wir gleich noch ein bisschen nebenbei fighten. Ein bisschen trainieren. Mach die ja mal. Ihr macht das schon, ne? Ich dodge einfach mal. Cool, ich kriege so eine Künste zugeschrieben, selbst wenn ich nicht angreife. Cool. Braucht gar nichts machen. Ich werde bestimmt auch nicht, äh, mich anhitten lassen. Die sind extrem stark. Okay, jetzt haben die den Fokus auf meinen Begleiter gelegt. Ein Amulett. Ein Geist. Habe ich recht? Ich habe recht. Und da vorne ist ja merkwürdigerweise ein Schrein der Beschwörung. Das ist ja komisch, wa? Das ist ja Wahnsinn. Den Gesang der Toten rezitiert. Vielleicht gibt es ja noch mehr Geister. Ich denke mal nicht, dass es so viele Geister an einem Ort geben wird. Das wäre ja doof. Oh, ein weiblicher Geist. Ich verstehe die Bedeutung der Agarlaner Geist. Ihr könnt jetzt ruhen. Ich bin ja ein netter Spieler, ja. Also, ich lasse die Geister ja nicht so ohne weiteres nicht ruhen. Fehlt hier nicht einer? Eins, zwei, drei. Ach doch, da vier. Der Todeslizid hat sich versteckt. Äh, würde ich sagen, müssen wir einmal verdammt. Doch, da ist ein Schaltknopf. Ja, okay. Egal, gehen wir erst mal hier lang. Da haben wir den nächsten Hebel. Und da das Wasser zum Fließen bringen. Ne, noch nicht ganz. Oh, wow, 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 wow. What the fuck? Ist überhaupt nicht verzwickt hier, oder? Ah, da ist das nächste Ventil. Dann haben wir schon mal das zweite. Ah, da wird es kommen noch eine Story. Dankeschön. Wenigstens bleibt uns dies erspart. Achso, geht ja eh noch nicht. Okay, der Hebel wird wohl auf der anderen Seite sein. Habe ich recht? Ja. Damn it. Gut, dann müssen wir hier... Oh, hi. Okay. Okay. Oh, nee, oder? Oh, nee. Ich sehe es schon kommen. Leute. Theoretisch könnte ich ja hier, äh, mit meinen Monstern langlaufen, während man da da oben die Stellung hält. So, dann haben wir hier den Hebel. Da den nächsten. Alter, hör auf damit. Ich brech den Scheiß jetzt ab. Ist ja erschrecklich. So, da haben wir eins schon mal gecleared. Ich glaube, hier können wir jetzt den Schalter benutzen. Dann geht das hier wieder runter. Na gut, steil mal, unseren Helden mal. Andere Seite, komme ich da irgendwie hin? Nein. Okay. So. Hier einmal zum Eingeschoss. Das ist natürlich auch nicht gut. Äh, ist das nervig. Das ist sehr, 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 sehr nervig. Ich hasse das. Ich hasse solche Rätsel. Äh. Dammit. Das geht nicht. Doch, da geht's. Wunderbar. Einer bleibt da. Hier bleibt man schöner drin. Äh, manno. Das ist voll cool mit Begleitern. Total easy. Äh, ist der hier oben noch? Ich brauche mir jemanden, der hier oben den Schalter betätigt. Voll cool. Okay, hier ist noch ein Knopf. Wo muss ich denn hin noch eigentlich? Weiß ich gar nicht mehr. Das habe ich jetzt aufgemacht. Darf, auf die andere Seite muss ich noch. Okay. Puh, das wird schwer. Mich damit träumen, wieder zusammenzufinden. Aber egal, ich denke mal... Oh, da ist noch ein Hebel. Na, das ist das nächste Ventil. Story schon? Oder noch nicht? Nee, noch nicht ganz. Mann, da schreien da, ist noch ein Pult. Und ich würde sagen, wir machen mal eine ganz kurze Pause. Und sehen uns dann gleich wieder hier. Bis dann. Ciao, ciao.